Hier die Sonne aufgenommen, die Sonne ist natürlich Energiequelle, entsprechend der elektro-organischen Künstler, 2001 hat eine Einzelausstellung mit ihm, der seit den 90er Jahren mit Recycled Materialien arbeitet, ihn von loderndem Feuer ganz poetisch gegenübergestellt. Das war natürlich auch ein ganz schöner Ablauf, weil sie so diese Arten vernen sollen, den bestimmten Zusatz, dass diese Kristalle generiert werden und die großen Komparti-Wände wurden schon mitgelebt. Es bedarf der Reiz der Nase von diesen etwas korpulenten Damen, so dass sie eine Träne, genau, sie hält die Nase an die Birnen bis aufgrund einer allergischen... ...und klein. Wie auch Abjekte, das man im Grunde genommen faszinierend, gerade gegenübergestellt zu so klassischen Affenbrotbäumen, denen man einfach aufgrund ihrer Struktur unmittelbar dieses stolze Alter von 2000 Jahren ansieht, 3000 Jahre alt und wie geringfügig, wie wenige Millimeter... ...und wie man das hier... ...überall haben wir ja diese Pflanze... ...oder auch... ...und unglaublich, setzt diese Sie sich fort. Man sieht, dass es unter Wasser ist. ...und wir haben jetzt... ...und wir haben jetzt... Hier ist der Pharma und gibt so ein Report über den Stand der DIN. Diese sind wiederum präsentiert in diesem CD-Tron, in diesem CO2-Certifikat, die sie überall zu kaufen und diese Absurdität, damit er sich an den anderen Seite, in dem sie versenden, sie hier jetzt einfach im Schwellenlauf, die Zeit, die regelrecht außer Wand und Wand gerät, zum Sprechen. Einfach ins Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017